Auf den 13. August 2019 werden Sarah und Dominic Harrison wohl ihr Leben lang mit Freude zurückblicken, denn die Ex-Bachelor-Teilnehmerin und ihr Liebster geben sich ganz romantisch das Ja-Wort. Auf Instagram lassen sie ihre Follower an einem der schönsten Tage ihres Lebens teilhaben und dort sehen wir die 28-Jährige jetzt auch in ihrem atemberaubenden Brautkleid. In einem Traum in Weiß gibt die gelernte Bankkauffrau ihrem Dominic das Ja-Wort. In ihrem Prinzessinnen-Dress sieht Sarah einfach fantastisch aus. Das schulterfreie Oberteil ist aufwendig bestickt, der Rock des Kleides ist ein Traum aus Töl. Auch ihr Dominic scheint überwältigt vom Anblick seiner Braut zu sein. Schon am Abend vor der Hochzeit feiern die beiden gemeinsam mit Familie und Freunden bei einem schicken Barbecue. Beide sind komplett in Weiß gekleidet. Wie glücklich sie sind, ist ihnen deutlich anzusehen. Schon seit 2016 sind die beiden unzertrennlich. Im November 2017 geben sie sich bereits standesamtlich das Ja-Wort und zwei Wochen später kommt Töchterchen Mia auf die Welt. Gemeinsam haben Sarah und Dominic ihren YouTube-Kanal zu einer echten Größe ausgebaut. Über eine Million Fans sehen regelmäßig die Videos der beiden. Und auch auf Instagram gehören sie zu den erfolgreichsten Bloggern Deutschlands. Zusammen haben sie fast drei Millionen Follower. Und die dürfen sich sicher auch in den nächsten Tagen noch über romantische Hochzeitsimpressionen wie diese freuen.